Ja, servus und willkommen wieder zu einer kleinen Folge MaxWorks. Heute, wie ihr seht, nicht aus der Werkstatt, nicht aus der Kinderzimmerbaustelle, nein, im Grünen. Aber es geht nicht um das Grün dahinter, sondern es geht um das Grün, in dem Fall nicht zu meinen Füßen, da liegt Pflaster, sondern das Grün um da drüben. Ich habe nicht ein Problem mit meinem Rasenmäher, aber dazu kommen wir gleich. Was habe ich denn für ein Problem mit meinem Rasenmäher? Naja, er mäht noch, aber nicht mal so wirklich toll, weil das Messer ist stumpf. Und um das zu beheben, werde ich den heute mal ein bisschen auseinandernehmen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das kann, kann es jeder, also zeige ich es euch. Wenn ich es nicht kann, dann seht ihr es trotzdem, weil mich scheitern zu sehen, ist garantiert lustig, weil das endet in einer Fluchtirade. Im Endeffekt will ich mal probieren, euch zu zeigen, wie ich dieses Messer hier ausbaue und wieder scharf bekomme. Ich habe mir schon mal Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe schon mal eine kleine Folie über den Tankdeckel drüber gemacht, dass wenn ich den jetzt kippe, nicht das Benzin ausläuft. Okay, kleine Sicherheitsvorkehrung noch vorweg. Ich klemme die Zündkerze ab. Also kann so gesehen gar nichts passieren, selbst wenn jemand hier an der Schnur ziehen würde. Beim Elektrorasenmäher, wenn ihr sowas habt, ist natürlich Akku raus. Ich kippe den jetzt nach hinten. Das steht bei den meisten Rasenmähern drauf, woher man die kippen soll, weil es geht um den Luftfilter, dass der nicht mit Öl vollläuft. Bei meinem ist es nach hinten, bei manchen ist es zur Seite. Anleitung lesen oder es steht drauf, dann sollte eigentlich nichts kaputt gehen. Bei mir ist es nach hinten. Und dann geht es natürlich darum, da unten das Messer erstmal rauszukriegen. Und das schauen wir uns gleich mal an. So wie wir sehen, hier ist das Messer. Und die Schneide, ich sehe es, sie ist nicht mehr so ganz gut intakt. Und mit der Schraube ist das ganze Messer hier festgemacht. Ihr müsst aufpassen, bei manchen Rasenmähern ist die Schraube ein andersrumgewinne. Ne, ich jetzt mal, weil ich jetzt nicht drauf komme, wie rum was ist. Sie auf alle Fälle andersrum, das heißt, ihr müsst den Uhrzeigersinn rausdrehen. Das hat mit der Drehrichtung zu tun. Bei mir ist es, habe ich vorher mal kurz ausprobiert, damit ich es gleich richtig zeigen kann. Es ist eine normale Schraube. Und die kann ich jetzt einfach mit einem Schraubenschlüssel oder mit einer Ratsche lösen oder auch mit einem Schlagschrauber. So mache ich es. Beim Festziehen ist es aber wichtig, braucht man einen Drehmomentschlüssel. Ich schraube es jetzt mal rauf. Auch wichtig, wenn ich jetzt an dem Messer rumdrehe, beziehungsweise mit einer Ratsche oder einem Drehmomentschlüssel oder sonst irgendwas da rumdrehe. Das Messer ist ja aus Metall, kann also noch scharf sein. Deswegen Handschuhe an. Weil ich muss das Messer ja festhalten, damit es sich jetzt nicht mitdreht, wenn ich dran rumschraube. Messer dann ausgebaut hat, merkt euch auf alle Fälle, wie rum es eingebaut wird. Bei mir sieht man es jetzt schön. Hier ist weniger Dreck als da. Also muss es so rum wieder drauf. Ich gebe den Meer jetzt wieder zurück, damit es hier ein Ende hat. Und dann nehmen wir das ganze Ding mit in die Werkstatt und das schauen wir uns uns mal näher an. Jetzt sind wir in der Werkstatt. Ich habe das Ding wirklich gut rausbekommen und hätte gedacht, dass ich da mehr Kraft aufwenden muss. Und jetzt schauen wir uns das Messer einfach mal genauer an. Das Erste, was auffällt, das Messer ist extrem dreckig. Aber das passiert natürlich, wenn die ganze Zeit da der Grasmattstrang klebt. Wenn wir es uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Schneide, die ist da noch blank. Aber sie hat doch ganz schön viele Schläge einstecken dürfen auf Dauer. Und genau um die geht es, weil das ist nicht mehr scharf. Und das ist auch unser erster Schritt. Erstmal den Dreck runter vom ganzen Messer. Und dafür nehme ich mir als Allereinfachstes so eine Drahtbürste. Damit kriege ich den Dreck mit Sicherheit gut runter. Und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Das Ganze muss natürlich nicht besenrein werden, aber einfach mal den groben Dreck runter, dass man auch ein bisschen mehr sieht, woran man arbeitet. Und ihr seht ja, hat sich eine Menge Dreck angesammelt. Jetzt kann es bei der Klinge auch ans eigentliche Schärfen gehen. Und da geht es jetzt natürlich hauptsächlich auch darum, diese ganzen Scharten rauszubekommen. Und die Schneide könnte ich jetzt natürlich auf die gesamte Länge schärfen. Aber im Endeffekt reicht es wahrscheinlich, wenn ich hier vorne schärfe, wo ich auch noch die blanken Stellen habe. Aber ich werde es wahrscheinlich komplett schärfen, bis auf die Mitte. Die wird sich kaum drehen oder da ist zu wenig Drehgeschwindigkeit. Ich schärfe diesen Bereich hier und da muss man auch ein bisschen darauf schauen, dass der Winkel eingehalten wird. Und hier ist es diese Schneide. Und damit ich mich ein bisschen einfacher tue, werde ich mir das Ganze hier einfach in den Schraubstock einspannen. Es muss am Schluss auch nicht Rasiermesser scharf sein. Es muss nur einfach scharf genug sein, dass es zusammen mit der Drehgeschwindigkeit das Gras nicht mehr abrupft, sondern wieder schneidet. Ich könnte es natürlich auf die Spitze treiben und das Ganze mit einem Nassschleifer machen. Vielleicht nehme ich mir die Zeit. Aber jetzt fange ich erstmal hiermit an und dann schauen wir, wie weit wir da kommen. Ich habe jetzt schon mal die eine Seite hier schon mal ein bisschen geschliffen und man merkt schon, es ist schon schärfer geworden als es davor war. Also hier kann ich mir nichts tun. Hier würde ich jetzt schon mal nicht mehr zu fest draufhauen. Ich drehe es jetzt einmal um und dann kann ich mir hier mal auf der Rückseite auch mal blank ziehen, damit ich die Schneide wieder hinbekomme. Die Seite habe ich jetzt schon mal scharf. Ich mache jetzt noch die andere Seite. Wenn ihr dann fertig seid mit dem Schleifen, sei es mit der Feile, einer kleinen Feile, weil gerade solche Rundungen dann doch etwas schwieriger werden. Und zum Schluss, jetzt muss ich auch langsam aufpassen, dass ich mich da nicht mehr darauf abstütze. Oder zum Schluss vielleicht noch mit einer noch feineren Feile und so weiter. Wenn ihr mit eurer Schneide zufrieden seid, meine Glänze jetzt wieder sehr schön, hier nicht ganz so, da sind ein paar tiefe Tellen drin, die ist wesentlich schöner geworden. Dann kommt noch etwas ganz Wichtiges, das man nicht vergessen darf. Und zwar, das Messer muss ja auf beiden Seiten gleich schwer sein. Das ist wie beim Autoreifen, das Ding darf ja keine Unwucht haben. Beim Rasenmäher ist das nicht anders, nur dass es hier um ein Metallstück geht, das sich wie wild im Kreis dreht. Und das, wenn mal Lose kommt, weil das Lager ausgeschlagen ist, dann möchte ich nicht daneben stehen. Genauso tut es dem Motor und der Motoraufnahme einfach nicht gut. Wie finde ich jetzt raus, ob das Ding im Wasser ist, im Wasser gewuchtet ist? Ich nehme einfach ein Schraubenzieher zum Beispiel und hänge mein Messer da drauf. Und wie wir sehen bei mir, das wurde halbwegs richtig gemacht, das Messer bleibt in Waage. Okay, wenn es jetzt auf einer Seite schwerer wäre als auf der anderen, dann würde es sich irgendwo schräg einpendeln oder ganz kippen. Was wäre denn, wenn es dann so wäre? Naja, dann schleift ihr auf der Seite, die nach unten kippt, einfach noch ein bisschen mehr weg. Bis das Messer wirklich in Waage bleibt, dann ist das Messer ausgewuchtet. Klar gibt es dafür auch Maschinen, aber für einmal nachschleifen, glaube ich, braucht es das nicht. Wichtig ist aber für euch zu wissen, wenn ihr sowas macht, schaut auf die Garantie von einem Rasenmäher. Mit selber Messerschärfen erlischt die Garantie. Bei meinem, egal, alt genug, habt ihr einen Nagelneuen, bringt es lieber ein, zwei Jahre zum Schärfdienst. Und ihr habt länger Freude an eurem Mäher, wenn denn was anderes sein sollte. Aber wenn der Mäher alt genug ist, schärft selber, spart Geld, geht es wieder nach oben in den Garten. Jetzt bauen wir das Messer wieder ein und dann kann ich endlich Rasen mähen. Wenn ihr jetzt das Messer wieder einbaut, dann macht das am besten nicht mit dem Schlagschrauber, auch nicht unbedingt mit dem Maulschlüssel etc. Irgendwas. Ihr braucht an der Stelle irgendwas, was das Drehmoment misst. Und da bleibt der gute alte Drehmomentschlüssel, meiner vom Autorwechsel, Räder wechseln. Das Autor wechseln wäre auch mal eine Sache. Und schaut unbedingt davor in die Betriebsanleitung von einem Rasenmäher, mit wie viel Newtonmeter ihr diese Schraube anziehen dürft. Bei mir waren es 65 Newtonmeter. Mit dem Schlagschrauber wäre es natürlich einfacher, aber da ist man so schnell drüber. Und wenn die Schraube abreißt, kannst du den Mäher wegschmeißen. Ich mache das jetzt mal da rein. Jetzt ist natürlich genau wichtig, dass wir uns vorhin gemerkt haben, welche Seite gehört nach oben. Ich habe mir hier vorhin noch schnell ein kleines O drauf gezeichnet. Und wenn ich weiß, das ist oben. Und jetzt kann ich das hier wieder einsetzen. Und die Schraube einfach eindrehen. Einfach ist gut. Und wenn es dann klick gemacht hat, die Schraube mit dem richtigen Drehmoment drin. Ich drehe das jetzt für mich nochmal nach. Und vielleicht nach 50 Kilometern die Radmutter nochmal nachziehen. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr auch was gelernt. Ich für mich habe gelernt, es geht. Man kann das selber machen. Und wenn ihr da noch irgendwie Tipps habt, wie ihr das besser macht. Oder wie ich noch was besser machen kann. Schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare. Und vergesst das Abo nicht, damit ihr das nächste Mal wieder ein Video seht, wo es vielleicht auch wieder um Holz geht bei mir. Ich nehme euch jetzt momentan einfach überall mit, was es bei mir zu tun gibt. Außer im Rasenmähen. Das will ich in Ruhe machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.